Um das Endgame von Mechanismen so richtig hocken zu können, brauchen wir jetzt noch den antiprotonischen Kernsyntentisierer, neben dem ich hier gerade stehe. Hier landet die Antimaterie, die wir uns in den vorherigen Tutorials halt erarbeitet haben. Wer ein wahrer Mechanism-Profi werden will, checkt auf jeden Fall meine Playlist aus und abonnieren und like nicht vergessen und es geht los mit dem Video. Wie immer starten wir mit dem Bau des Geräts hier. Dafür benötigen wir zwei bzw. vier Atomlegierungen, wir benötigen zwei ultimative Steuerscheidkreise, zwei Antimaterie-Pellets und ein Stahlgehäuse. Hier sehen wir schon wieder extremes Endgame. Und schups, haben wir schon den Kernsynthetisierer. Nice. Wie genau wir an diese Materialien rankommen, benötigen wir auf jeden Fall die Infusionsanlage, aber erkläre ich genauer in der Playlist für Mechanismen. Da gehe ich nämlich von der Tier 0 oder 1 Produktion bis Tier 4 Produktion alles durch. Also auf jeden Fall anschauen. Natürlich benötigen wir auch Strom für den Kernsynthetisierer. Richtig. Da sollten wir uns um eine relativ hohe Stromquelle kümmern und wir benötigen dann auch unsere Antimaterie, die wir zum Beispiel durch den Supercritical Phase-Shifter bekommen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. So, der Kernsynthetisierer oder wie es auch hier steht, der Nukleosynthetisierer, verwandelt teilweise ziemlich einfache und normale Items in extrem gute oder seltene Items. Naja, und was heißt das? Zum Beispiel, wenn wir einfach Skelettschädel reinpacken, kriegen wir Rüsserschädel raus. Normale Kohle wird zu Diamanten. Ein Diamantschwert wird zu einem Dreitag. Und ein ganz normales Minecraft-Ei wird zu einem Drachenei. Dazu gibt es noch 21 weitere, beziehungsweise insgesamt 21 Rezepte, die ihr durchgehen könnt. Naja, und die sind für den einen oder anderen mehr oder weniger wertvoll. Es kommt auch immer darauf an, was man vorhat, beziehungsweise welche Mods noch installiert sind. Aber bedenkt, ihr benötigt immer Antimaterie. So, wenn Fragen hierzu sind, stellt die auf jeden Fall in die Kommentare. Ist relativ kurz und knackig gehalten, aber mehr kann er auch nicht. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, folgt den anderen Videos, die ich dazu gemacht habe, damit ihr überhaupt auch dazu kommt, diese Maschine bauen zu können. Fertig sind wir aber trotzdem noch nicht, denn wir haben noch den Atom-Undis-Assembler. Das ist im Prinzip eine Waffe oder auch ein Werkzeug, also ein Multitool kann man sagen. Wir können uns das einmal anschauen, wie man das craftet. Auch hier sehen wir wieder ein bisschen Endgame. Wir brauchen Legierungen, wir brauchen Atomlegierung und ein Energietablett. Aber wir brauchen auch die Eusemodium-Spitzhacke. Das ist die von dem Mod Eusemodium, die man ganz am Ende bekommt. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Schaut auf jeden Fall auf meinen Kanal vorbei für ganz viele Minecraft-Tutorials. Wenn wir das Teil dann haben, sehen wir links unten schon eine Einstellungsmöglichkeit. Einmal der Modus und die Effizienz. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Aus heißt, dass wir auch wirklich tatsächlich gar nichts machen können, wie wir jetzt hier sehen. Wenn das Ding auf Normal steht, dann haben wir eine Effizienz von 20. Da sehen wir jetzt hier, okay, wir können schon so die Blöcke ein bisschen abbauen. Wenn es das allerdings so schnell ist und wir wenig Energie verbrauchen wollen, können wir das auch langsam machen. Oder wir machen das auf schnell und haben den höchsten Energieverbrauch. Aber wir haben auch die höchste Effizienz und das bedeutet, wir one-hitten im Prinzip alles, wie wir hier sehen. Und nicht nur ganz normale Blöcke, sondern auch Ressourcen. Das heißt also, wir können hier uns extrem schnell durch die unterschiedlichsten Ressourcen und Rohstoffe von Minecraft bauen und haben natürlich dann auch alles sofort parat. Wichtig hierbei ist es, wir benötigen bestenfalls einen Energiewürfel, denn dieser Atomic Disassembler benötigt Energie, um zu funktionieren. Und das auch relativ viel auf der höchsten Stufe. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben noch 295.02 Energie und wenn wir einen Block abbauen, haben wir noch 294.5. Das heißt, wir müssten hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir Energie bekommen. Dafür ist der Energiewürfel da, wie gesagt. Der muss natürlich auch aufgeladen sein und wir können den Disassembler einfach hier oben reintun und wir sehen, die Energie läuft wieder nach oben. Da gibt es natürlich auch noch viele mehrere Möglichkeiten, aber das ist eine der schnellsten Möglichkeiten. So, das wäre es gewesen. Endgame von Mechanism. Wenn Fragen sind, auf jeden Fall in die Kommentare stellen. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und wenn dem so ist, liken und abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.